EM 2021 Spezial präsentiert von Germany Directors Cut Liebe Fußballfreunde, schön, dass Sie bei Germany Directors Cut eingeschaltet haben. Wir begrüßen Sie auf dem DFB Trainingsgelände. Die Vorbereitung für das Achtelfinale-Spiel Deutschland gegen England ist heiß am Laufen und glauben Sie mir, dass ich es wortwörtlich meine. Schauen Sie selbst. Dies ist ein Spezialtraining, maßgeschneidert auf Manuel Neuer. Naja, und Sie sehen ja selbst, was Sachlage ist. Ich würde das als Tag der offenen Tür bezeichnen. Natürlich stellt sich hier die Frage, was für die Mannschaft wichtiger ist. Ein gutes, starkes Spiel zu präsentieren oder die Engländer mit Neuers geschmeidiger Kurvenlage in Schockzustand zu versetzen. Man weiß es nicht. Doch was man weiß ist, dass auch Homosexuelle sich zu Wort melden und sie gar nicht darüber erfreut sind, was im Turnier so vor sich geht. Sehen Sie selbst. Ich wollte mich heute einfach nur zu den gestrigen Spiels zwischen Ungarn und Deutschland äußern, zu Markus Söder und dieser ganzen homosexuellen Politik, LBTG und sowas. Und da möchte ich mich jetzt als Homosexueller darüber äußern, weil das total scheiße alles gestern war. Erstmal zu dir, Markus Söder. Tu ich hier überhaupt nicht rum, als ob dir Schwule oder sowas wichtig sind. Bei dir war das einfach nur ein politischer Zweck, um Orban eins reinzuhauen. Nichts anderes, nichts anderes. Und Manuel Neuer, nimm gefälligst eine verdammte Regenbogenarmbinde da ab oder sowas. Mein Gott, wenn du ein Zeichen für Toleranz setzen willst, mach es am Christopher Street Day. Und falls du es noch nicht gecheckt hast, Manuel Neuer, du hast überhaupt keinen Sportgeist, Mannschaftsgeist bewiesen und hast überhaupt keinen Respekt vor anderen Ländern. Dies wäre eigentlich jetzt der perfekte Zeitpunkt, um die Notbremse zu ziehen. Aber nein, Neuer gibt jetzt erst Rechtgas, wie sie es selbst sehen können, liebe Fußballfreunde. Unfassbar, was für Strahlung die hier ausgesetzt werden. Die Leitungen schmelzen schon, die Drähte brennen, die Verbindung wird schwächer. Das ist ja wie bei Fukushima. Zeit zum Abbrechen, zurück in die Stube. Sehr gut, super, Mann.